Cynthia's final orders were to prepare Asset Zero, the Alienship, for activation. Activated for what? Nothing good. Fireteam, get aboard and stop it! Alles klar, wir werden es aufhalten. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Aliens Fireteam Elite. Ja, jetzt geht es ja weiter mit der letzten Mission von dieser Kampagne hier. Ja, danach haben wir noch eine weitere, nur noch. So, wir gehen jetzt erst mal hier entlang. Kameraden, folgt mir. Wo? Schick aus. Oh, was war das? Was ist das? Oh, die Gegner. Zum Glück gehen die schnell weg. Wow, alter! Okay, das waren nur Menschen. Früher auch jetzt falsch, schätzt sich. Schnell hier runter. Los, 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 los. Folgt mir, Kameraden. Wir müssen uns beeilen. So, dahin stehen die schon wieder. Also, ich glaube, die werden jetzt sehr dominant sein in dieser Mission. Also, ich glaube, die werden jetzt nicht so oft kommen. Ich sehe, dass sie jetzt bestimmt nicht so oft kommen. Ich denke, ich denke, zumindest. Hm, gibt es hinten noch was zum mitnehmen? Ne, sieht nicht dann noch aus. Gut, dann gehen wir jetzt nach hinten rein in das Schiff. Ja, wollen wir mal. Ja, das ist bestimmt keine einfache Sache da drin. Oh, lass mich raten. Wir müssen jetzt erst mal hier eine Welle standhalten, bevor es überhaupt dort reingeht. Ja, bestimmt. Warte. Äh, nein. Wo? Hi. Ja, die laufen auf jeden Fall rum. Ja, die schleichen gerade ein bisschen hier. Wollen wir mal. Meine Güte, sind da viele. Eine Schrotflitte alleine ist noch besser weh, kann ich. Da hinten waren auch noch welche. Perfekt. Da muss man sicher auch mal so sagen, ich habe noch nie gesehen, dass meine KI-Kameraden die Waffe gewechselt haben. Ich glaube, bei denen ist es einfach so, die haben halt gefühlt unendlich Munition mit ihrem Strom gewert, glaube ich. Ich habe die halt wirklich noch nie gesehen, wie die Munition geholt haben. Oder so. Oh, ein kleines Spin. Kommen wieder. Oh, links auch noch. Durch. Ja, die geht bald aus. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Oh, oh. Fast alles leer. Ja, ich muss auf jeden Fall gut umgehen mit der letzten Munition. Ja, komm. Perfekt. Weiter geht's. Okay, hier ran. Alles nehmen. Alles nehmen. Sehr gut. Anladen. Moment, wo soll ich den drauf zugreifen? Ah, hier. Oh, oh. Ja, der Angriff beginnt. Aber ja. Okay, er kann sich kurz unsichtbar machen. Oh, oh. Komm. Da hinten habe ich was gesehen. Da. Das muss ich mal sagen. Die so unsichtbar könnten wirklich gefährlich werden. Eine Horde mit ganz vielen anderen. Da hier jetzt nicht gesehen sind. Oh. Ah, da war ich so gut. Komm. Aufhalten. Perfekt. Komm weiter. Auf damit. Perfekt. Perfekt. Noch mehr. Ah. Es sind so viele. meine gute haben wir viele die Hosen sind halt gigantisch gerade hier ja wenn ihr nicht so viele kommen würden meine Güter die Mission ist echt etwas nervös bei Nase aber schon hier geht es einen ganz kleinen spinnen am besten muss ich immer sagen wäre eine Art Flammenwerfer für die ich habe ja hier diese Feuerfähigkeit und mit der merke ich halt ja kann ich die ganz gut weg machen am besten wäre hier halt wirklich deswegen Flammenwerfer muss ich mal ganz klar so sagen ok beide Seiten wo dann passt ich hier auf die Seite auf bei meinen nächsten Kameraden stehen alle an der anderen Seite auf kommt was größeres wieder wo ist das da da raus auf ihn nehmen komm komm der unsichtbare ist noch da ja dahin er kommt wieder auf ihn auf ihn weiter nach vorne naja ich muss ja mal gestehen ich mag das nicht wenn nur wieder auf einmal wir die Leute reinreden ja dieser auffraggeber von uns und so ja gut gibt es hier nochmal Munition da hinten auf jeden Fall eine Kiste ja vielleicht sogar das versteckt von dieser ja das ist versteckt von dieser Mission sehr schön gut dann weiter ja guten Tag euch alle ja alles gleich gibt es Munition sehr gut die brauche ich auch ganz dringend wieder so wo soll ich jetzt hier rangehen hier wieder an das Teil was jawoll so jetzt bedeutet es wieder verteidigen und da das ja auch die letzte Mission von dieser einen Kampagne hier ist könnte ich mir auch vorstellen dass es ganz und so scheiße eine Art Rotskampf gibt oder irgendeine andere schniesige Aufgabe ja kommt immer schön dann siehts hier am besten ja wieder weiß ich an der seite ich merke auch speicher kann wieder herstellen ich probiere es einfach mal bei dem hier oben nicht geklappt dann der andere drüben gucken wir mal dort gibt es hier oben noch was lauf 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 auch wieder negativ ja jetzt kommen wir mal gegner nehmen wir das jetzt hier das sieht auch gut aus oder ok von oben näher hat sich was und gegner gut dann bleib ich mal hier ich habe nur das hinter mir soweit alles gut aussieht wenn ich hier oben jetzt stehe ja meine kümmerraten können wir eh wieder mit hoch ja so manchmal würde ich mir schon wünschen dass wir das spiel alleine spielt irgendwie eine funktion hätte dass man sagt stell dich da hin oder greift dort an ja irgendwie so eine funktion das hätte mir gut gefallen das einzige was es gibt ist ja so ein wegpunkt hier geben und so und halt daumen hoch ja recht ist weg gut da muss der jetzt auch die ewigkeit dort bleiben und mit so weit stoppen dieser weg also wissen sie dass die gegner rezentrieren los, ich bin geworden, dann müssen wir weiter ah ok, jetzt ist der wegpunkt weg, sehr gut oh da kommt noch mal was von hinten perfekt ja, bald sollte ich mich heilen ich werde vielleicht noch bis zur nächsten Welle also wo wir wieder so einen Ort haben, wo wir uns kurz vorbereiten können wow ok, das ist eine Kanone oh wow S, ist das etwas, das wir können mit nein die Kontrollen sind wir 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 sind ok alles klar nach hinten müssen wir wieder in diese komische Konsole ran ok, heilen das noch nehmen das noch nehmen auffüllen so hier alles mitnehmen perfekt wie stelle ich das jetzt hier hin also auf jeden also auf jeden Fall werden gegner von links geradeaus und von rechts kommen ja, so viel kann schon mal feststellen dann dann denke ich mache ich hier so ein Kyro Raster hin ja, das setze ich einfach hier in die Mitte und so ein Geschütz auf jeden Fall auf jeden Fall auf jeden Fall ich fahre jetzt hier hin aber fahre jetzt ein bisschen später ich fahre jetzt etwas stärkeres jetzt fahre jetzt jetzt fahre jetzt etwas stärkeres jetzt fahre jetzt ja, dahinten weil ich bin mir nicht sicher jetzt hier das finale da ich schon jetzt fahre jetzt vielleicht fahre jetzt vielleicht wird es nochmal schwerer deswegen würde ich hätte die Geschütze noch aufheben das ist so der Grund dahinter ok, sind die Dinger dort oben verschirmen ich denke ich setze das hier so hin ja, so werde ich das noch nicht machen komm, danke dir ok oben schnell drauf perfekt komm, geh hoch jawohl jetzt was drüben perfekt komm komm gut, wir sind da drüber gibt es den Harmonie, ja hier perfekt jetzt schnell rüber lauf lauf, 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 lauf wo ist hier ran jawohl ja so, warum sagt man mein Gefühl wir müssen später auch noch die ganzen anderen Dinger hier nehmen das Ding hier und vielleicht auch noch was noch in der Mitte naja, drüben drauf ja der wird schafft ja, wir müssen in die Mitte noch ja, das könnte echt gemütlich werden schaden der kommt ja von jeder Seite ja, das kommt ja von jeder Seite ja, da kommt ja von jeder Seite Oh nein, der eine Teamkamerad Oh no Was war das? Oh oh Die nochmal alles nachhaben Na los, wir müssen jetzt an die Mitte Ja, flügt kein anderer Weg, ganz vorbei Komm, jetzt sind die Dinger hier zu stören Blende, los Jawoll Alles klar, wir müssen jetzt nur wieder raus hier Okay, das war's schon, ich hätte jetzt wirklich gedacht, hier kommt noch irgendein neuer starker Gegner Aber, jawoll, sehr schön, da freut uns euch doch Haben wir doch gut gemacht Ja, das haben wir schon gut gemacht So, jetzt gucken wir mal ganz kurz in unsere Basis Also in unser Raumschiff hier Hä? Warum ist das noch nicht freigeschaltet? Mal gucken Okay Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? So Diese Mission haben wir jetzt eben gemacht Geschenk des Feuers Entern Ja Damit haben wir diese Kampagne abgeschlossen Auch die letzte bekommen Auch die letzte bekommen wir noch nicht Das steht da zum freischalten Die vorherige Kampagne abschließen Aber haben wir ja jetzt gemacht Aber haben wir ja jetzt gemacht Muss ich nicht verstehen So, ich hol mir erstmal hier die Belohnung ab Sehr seltsame Sache Sehr seltsame Sache Hier Aber nun gut Wir gucken jetzt erstmal ganz kurz hier wegen einer Verbesserung vielleicht noch Ich rüste hier erstmal noch was aus Ich rüste hier erstmal noch was aus Nehmen wir das einmal Nehmen wir das Gut Habe ich hier noch was Neues Ne Wir könnten mal Ah Ah Wow Habe ich gar nicht mehr dran gedacht Stimmt Hier Ja Für die nächste Kampagne müssen wir mal noch die Gespräche hier abschließen Habe ich gar nicht mehr dran gedacht Komplett vergessen I put you in for a commendation But Listen up There's a Xenoquino Katanga Laying eggs Colonel Ship says we gotta destroy the refinery But the problem is Endeavor She ain't got the firepower Katanga is a whole damn city in space We could incinerate chunks but We ain't got enough heavy ordnance for it all So here's the deal We're gonna overload the refinery's fusion plant Alles klar Jetzt haben wir's Der einzige Weg sicher zu sein Ja Hm Also wir dafür eigentlich nicht stark genug Okay Also ich muss da dringend auf jeden Fall nochmal gucken Dass ich mich hier irgendwie bisschen verbessere Hier irgendwie solche Modifikation Und so noch mit dort rein bekommen Hm Ich geh jetzt erstmal dort hinter Ah nein im Moment Brauche ich gar nicht Hier habe ich schon ein Teil freigeschaltet So Moment was nehme ich denn hier Nachladegeschwindigkeit und maximale Munition Der geht dadurch höher und das hier Löst eine kleine Termalexplosion bei Schwachpunkttreffern aus Hm Beides nicht schlecht Ja die Explosion kann halt mehrere Gegner weg machen Hier ist es aber dann halt so Maximale Munition und Nachladen ist schneller Beides nützlich Jawohl Ich sehe grad Wie viel das neu ist Magazin Größe ist dann eine Kugel mehr Ja maximale Munition ist halt statt 80 104 Ja Ja macht halt schon viel aus Muss man halt auch sagen Ich nehme aber einfach mal das mit der Größe Eine kleine Termalexplosion aus Gut Perfekt Beim Gewehr Ja das bleibt so Perfekt Nur hier würde ich vielleicht gucken Dass ich hier noch was irgendwie nehme Mal reingucken bei den Händlern Ja Ist leider zu teuer Dann nehme ich halt einmal so ein Geschütz Und ich würde sagen das war's dann auch Und dieses Geschütz rüchte ich dann halt mal hier noch mit aus Und nehme das mit in den Einsatz So dann habe ich jetzt wie viel Kraft Ja 438 Eigentlich bräuchte ich 450 Ja dann sollten wir das 450 noch schaffen eigentlich Mit der nächsten Mission dann vielleicht Weil wir haben ja dann bald auch denke ich wieder einen Stufenaufstieg Ja Von daher Gut dann passt das so Da würde ich sagen machen wir dann jetzt auch an dieser Stelle ja Schluss Mit der Folge Lasst gerne einen Daumen nach oben da Und bis zum nächsten Mal Leute Tschüssi